Musik Ich begrüße Sie recht herzlich zum Programm des Oda Spreefernsehens. Gleich gibt es die aktuellen Meldungen, aber zuvor noch einige Informationen der Polizei. Denn am Mittwochnachmittag, das wurde uns jetzt Nachmittag erst übermittelt, wurden Polizisten in der Eisenhüttenstädter Fährstraße gerufen. Dort hatte ein Mann zuvor einen Mazda 3, einen VW Tiguan, beschädigt. Das Ganze spielte sich auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters dort ab und der Mazda-Fahrer versuchte dann zu flüchten. Also ziemlich viel Action gewesen scheinbar und er konnte aber von Zeugen daran gehindert werden. Wie sich herausstellte, stand der 50-Jährige unter Alkoholeinfluss und immerhin 2,63 Promille, also eine ganze Menge Alkohol im Blut. Und im laufenden Ermittlungsverfahren, das dann eingeleitet wurde, wurde noch geklärt, ob der 50-Jährige bereits am Vormittag in der Straße des 8. Mai in Eisenhüttenstadt einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Also da kommt eine Menge wahrscheinlich auf diesen Mann zu. Und ebenfalls am Mittwochnachmittag wurden Polizisten in die Trebuser Straße in Fürstenwale gerufen. Dort war zuvor ein 41-Jähriger Mann mit mehreren Personen in ein Streitgespräch geraten. Und letztlich wurden oder flogen dann die Fäuste. Rettungskräfte behandelten dann den 41-Jährigen, der erhebliche Verletzungen erlitt. Und jetzt, na klar, muss die Kriminalpolizei zu diesem Fall ermitteln. Jetzt noch ein Thema zu einem Facebook-Gerücht, welches derzeit im Umlauf ist. Und zwar wurde dort geschrieben, dass Rewe eine Filiale in Eisenhüttenstadt eröffnen will. Das Ganze stimmt nicht. Wir hatten heute mit der Rewe-Kommunikation telefoniert. Wir haben uns mit den Pressevertretern dort unterhalten. Man ist grundsätzlich bestrebt, so haben sie es uns gesagt, überall oder da, wo es möglich ist, natürlich Rewe-Filialen zu bauen. Aber im konkreten Fall in Eisenhüttenstadt gibt es derzeit keine Aktivitäten. Soweit erst einmal dieser Hinweis. Dann haben wir noch etwas zu unserem Programm. Denn heute gibt es ja noch Informationen der Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft der EWG nach den Nachrichten. Und es gibt noch einen Talk zum Thema Filmstadt, Eisenhüttenstadt. Also, es wird recht unterhaltsam. Viele Informationen. Und jetzt kommen die Meldungen des Tages.